Eicher Lehmann, 4 zu 0, klarer Sieg, denke ich dann. Ja, ich denke, es war ein sehr guter Spiel und wir freuen uns natürlich für den Sieg. Und das erste Tor war von dich. Ich habe ja auch gesehen, du weisst ja sehr gut das Tor stehen, auch in der Liga mit Young Boys geht das ganz gut. Ja natürlich, ich freue mich sehr, sehr toll, dass ich ein Tor gemacht habe in meinem sozusagen ersten Länderspiel und das ist natürlich sehr toll. Ja, und die Torhüterin hat dich dann auch noch knapp vom Zweiten gehalten. Das hatte dann alles gewesen für heute. Ja, ich denke, es war sehr schade, dass das Tor nicht geschehen ist, aber ich denke, ja. Wie wichtig ist es, eine Trainerin zu haben wie Martina, die die Spieler versucht ins Ausland zu kriegen und so das Niveau hochzubringen? Ich denke, das ist sehr wichtig, weil es ist sehr gut für uns, wenn wir ins Ausland gehen können, ja, da wir Fortschritte machen können. Sie sind selbst noch ganz jung, spielen noch in die Schweizer Liga, aber gibt es da auch Ambitionen nach zum Beispiel der Bundesliga? Ja, ich bin jetzt am Abklären, wie es weitergeht und ich denke schon, dass es da Ambitionen gibt. Ja, und eine grosse Ambition ist sowieso, denke ich, die Weltmeisterschaft in Frankreich, Nachbar von zweit, das muss das Ziel von zweit sein. Ja, ich denke, das ist mein grosses Ziel, dort dabei zu sein können und ja. Dann gibt es noch ein drittes Spiel, dann könnt ihr ja sowieso steigern, das erste ist leider verloren gegangen. Ich denke, das ist das Ziel, das dritte Gewinnen und dann einen schönen Platz zu haben hier auf dem Cyprus Cup. Genau, es ist ein grosses Ziel von uns, das dritte Spiel zu gewinnen und das wird natürlich auch und hier eine gute Leistung zu bringen. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück mit dem Tor von heute und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Danke.